Hey Leute, ich bin gerade in den Arma-Turm und ich bin hier in den Arma-Turm hoch. Leute, ich nehme jetzt auch so eine Tür hoch. Ich bin hier in den Leon mit dem. Wir sind hier gerade am Arma-Turm und ja... ...und ich bin gerade im Ge ...und wir sind hier in den Arma-Turm und dann sind die Arma-Turm ...und wir werden im Bestand auf den Berg vom Wald. ...und wir sind hier oben. ...und wir haben hier oben. ...und wir sind hier im Vergleich. Wir sind hier oben. Das ist wirklich ein Pakt. Fakt. Das ist schon ein Pakt. Los geht's hier. Wir gehen hier. Wir gehen hier. Wir gehen hier. Das ist ein Pakt, Leute. Das ist ein Pakt. Was ist das? Wir haben hier ein Pakt. Wir haben hier ein Pakt. Wir haben hier. Das ist das Pakt. Nein, da waren wir noch nicht. Leute, das war Remasabas, bitte. Wow! Wow! So, Mottefisch! Leute, jetzt haben wir einen Rappen, das ist ein Film. Da sind wir jetzt, da sind wir grätschig. Hier ist dieser ganz große, ganz der Vergessenen. Leute, hier ist der Fluggrenze. Kraken. Leon, tut mal auf. Leon. Schlippel da auch. Guckt mal, schlippel, schlippel. Guckt, da werden wir gleich umgehen. Ja, da werden wir gleich halt so, uns nass spritzen. Ja, und wenn jemand nichts reinfragen würde, und nichts sagen. Okay, wir sind. jetzt. Jetzt. Leute. Leute. Da, Leute. Lach. Uhhh. 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 Ich weiß ja, wie schon in meinem letzten Video, wie ich das riecht. Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgesetzt, weil, ja, ich weiß halt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll, deswegen zeig ich einfach nicht. Ja, Leute, wir gehen jetzt runter. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Cut, Leute. So, Leute, jetzt sind wir wieder hier unten. Wir unten. Ja, und wir gehen jetzt, glaube ich, mal zur Wasserbahn. Und, ja, wir warten jetzt auf Leons Eltern. Ich kann nicht auf dem Video sein. Ja, die wollen nicht auf dem Video, aber ich darf auf dem Video. Ja, ja. Und, ja, ich mache jetzt wieder einen kleinen Cut. Tschau!